so leute ganz kurz das wort zum sonntag ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem kurzen info video ich möchte euch nur einfach sagen nächste woche geht es los ab montag bis sonntag die jahre week ich habe es versprochen es ist da es wird kommen freut euch drauf voll mit infos manga die ihr vielleicht noch nie gehört hat manger die hier vielleicht schon kennt abwechslung ist auf jeden fall geboten dafür sorge ich es wird alles mögliche wieder mal geben dafür setze ich mich ein dass es nicht nur manga review auf manga review wird ab und zu kommt noch etwas kreatives zwischenrein freut euch drauf ich habe mir wirklich mühe gegeben und hoffe dass es anklang findet wenn ihr dem thema vielleicht bisher noch nicht so angetan gewesen seid tuten tun deutsch wenn ihr das thema bisher noch nicht so gut fandet oder euch nicht so gepackt hat gibt dem vielleicht trotzdem eine chance der jahre week denn ich habe versucht so viel abwechslung wie möglich reinzubringen so dass jeder irgendwie vielleicht was davon hat damit lasse ich euch jetzt alleine ich wünsche euch noch einen schönen rest sonntag und hoffe dass ihr euch freut ab morgen geht es los die jahre week ich weiß nicht wann ich die ganzen sachen immer zeitlich hochladen werde irgendwann am tag wird es auf jeden fall passieren irgendwann werdet ihr das neue video einfach sehen auf twitter werde ich das ganze dann noch mal posten auch im discord server sowie immer man sollte es eigentlich nicht verpassen können in dieser hinsicht gehabt euch wohl ich bin renne und ich sage wieder einmal tau bye bye